Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Kay, wie immer voller Power. Auch am Samstagmorgen. Ich habe gleich mein Live-Workout, das jeden Samstag stattfindet. Nur mal so nebenbei erwähnt. Könnt ihr gerne dazu kommen. Ja, du hast wohl nicht gedacht, dass du hier ohne mich in deinem Samstag startest. Und heute geht es ganz einfach in ein paar Minuten um Recken, um Strecken, um Rekeln. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich so mit den Frauen oder auch Männern kommuniziere und ich stelle dann ganz oft die Frage, hey, wie sieht es denn bei dir morgens auf? Auf Wecker klingelt, Smartphone, wie auch immer. Klingelt, was machst du? Ah ja, manchmal drücke ich einen Snooze-Button, manchmal. Dann habe ich mir überlegt, weißt du, wie es früher war? Ja, also zumindest war es bei mir und ist es auch heute wieder so. Wecker klingelt, wenn überhaupt. Und dann wird erst mal gestreckt und gedehnt und ist so wirklich so, yeah, guten Morgen. Hallo Welt, ich bin wach. Ja, das kommt heute ganz, ganz selten vor. Und da man ja sobald der Fuß den Boden berührt, ist man ja schon im Hamsterrad drin. Da sind Sachen gemacht und selbst, selbst wenn du nur in die Küche rennst zu deinem Kaffee, aber das gehört ja so zu deinem Morgenritual und das darf gemacht werden, genießt es eventuell auch. Aber das ist schon Teil deiner, deiner täglichen Routine, sprich deines Alltags. Und dann kommt man ganz selten dazu. Meine Power-Mädels und meine Mission-Mädels, bei denen ist es ganz anders. Die kriegen nämlich morgens als allererstes auf ihr Smartphone das Workout des Tages. Ah ja, sind wir schon fertig mit Essen. Das Workout des Tages, sprich die kommen da gar nicht rumrum. Aber es ist ein anderes Thema. Wir auf jeden Fall dehnen jetzt mal ganz kurz, bin auch gleich wieder weg, damit du dann ganz entspannt in dein Wochenende gehen kannst. Und wir machen jetzt einfach mal so, als wären wir noch im Bett. Vielleicht bist du eventuell so noch im Bett. Das heißt, du legst dich hin. Du legst dich auf den Rücken. Ah ja. Hi Margot. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt Chewie. Du legst dich auf den Rücken. Und du nimmst mal die Arme über den Kopf und streckst dich lang. No Licky. Und streckst dich lang. Zieh mal richtig die Arme nach hinten. Spreiz die Finger. Stell dir vor, da hinten steht jemand und zieh dich richtig lang. Und dann kannst du hier mal in den Wechsel gehen. Einmal linksseite, einmal rechte Seite, links und rechts. Und kommst zurück zur Mitte. Dann kannst du die Arme da ganz entspannt ablegen. Und jetzt machst du das mal mit den Beinen. Das heißt, du bringst Spannung in die Beine. Streck mal deine Zehen. Und dann machst du hier auch einmal linke Seite, einmal rechtes Seite. Ja, als würde da vorne jemand stehen und dich mal so richtig schön langziehen. Ich weiß, dass von den Gesprächen, das wünschen sich die meisten Leute. Ach, wenn es nur irgendwie so eine Art Streckbank gäbe, wo man sich ganz sanft in die Länge ziehen kann, dass sich mal die ganzen Verspannungen lösen. So, jetzt machen wir das mal mit beiden. Also Arme lang, Finger spreizen. So richtig viel Spannung in den Körper bringen. Und dann lässt du alles los. Und dann stellst du die Füße nacheinander auf, bringst die Knie nacheinander zur Brust, nimmst die Hände an die Knie. Und hier ziehst du den Kopf und den Oberkörper. Und du machst dich hier ganz klein. Roll dich mal ein, wie so ein Igel. Richtig schön klein, kannst du auch hier von Seite zu Seite. Gibst du gleich mal deiner Brustwirbelsäule, deiner unteren Brustwirbelsäule, eine kleine Massage. Gott, und Achtung, mit dem nächsten Einatmen löst du die Hände. Du streckst die Arme lang nach hinten und die Beine lang nach vorne. Und hier ist es jetzt wichtig, je tiefer du mit den Beinen gehst, desto effektiver ist es für deine Bauchmuskulatur, aber desto mehr Spannung brauchst du auch da drin. Das heißt, du solltest auf keinen Fall ins Hohlkreuz kommen. Wenn du damit Herausforderungen hast, nimm die Beine höher. So, dann atmen wir endlich aus. Und du machst dich hier wieder ganz klein. Ganz wieder hin und her rollen. Und dann wieder einatmen, lang strecken, richtig schön lang ziehen. Du denkst an die Beine, wie gesagt, du kannst die auch nach oben nehmen. Beine kann man auch oben lang strecken und dann wieder richtig schön klein machen. Bring die Knie Richtung Nase und die Nase Richtung Knie. Roll auf hier wieder rum. Und dann nochmal einatmen und lang strecken, Finger spreizen, die Zehen strecken und ausatmen. Mach dich wieder klein. Und dann legst du den Kopf ab, stellst deine Füße auf, bringst die Arme nach oben, drehst die Handfläche nach vorne, bring die Arme nach hinten und mit dem Ausatmen über die Seite nach vorne. Einatmen nach hinten, ausatmen nach vorne. Spür mal hinein, wie gut sich das anfühlt. Natürlich wieder mit der Länge nach hinten und über die Seite vor. Jawohl, letztes Mal. Ja, und dann lässt du die Arme liegen und dann bringst du beide Knie zur Brust, streckst beide Beine lang nach oben, nimmst die Hände an die Beinrückseite und zieh dir mal die Beine ran. Wenn du die Füße flex nimmst und die Fersen nach oben schiebst, dann kannst du das noch verstärken, bringst dann noch mehr Länge in deine Beinrückseite. Wenn du möchtest, wanderst du jetzt mit den Händen nach oben und ziehst dir die Beine noch näher ran. Und dann wanderst du mit den Händen nach unten und wenn du jetzt möchtest, du kannst es dir ja mal vorsichtig angucken, legst du die Arme ab, streckst die Füße, flex nimmst. Jetzt kommt die mega geniale Übung, die so entspannend ist, aber ich gebe zu, anfangs ist sie ja auch ein bisschen anstrengend. Und zwar bringst du jetzt deine Beine nach hinten und senkst die Füße Richtung Matte. Du kannst dich hier stützen, ja, du kannst hier wirklich deinen Rücken stützen und hier streck die Beine lang. Das geht auch angewinkelt, das heißt, du kannst hier so die Knie Richtung Augen setzen, ja, dann hast du aber natürlich nicht so diese Dehnung, die du richtig gut gebrauchen kannst. Und dann gehst du ganz langsam und kontrolliert ohne Oberschenkelkrampf wieder zurück auf die Matte und beugst deine Beine, nimmst die Hände an die Knie und rollst hier Seite zu Seite. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen herausfordernder, aber ich musste sie dir einfach mal zeigen, weil es so eine geniale Übung ist. Heißt der Pflug und sie ist so wohltuend und man kann sich ja langsam, aber sicher dahinarbeiten. Dann kommst du zurück zur Mitte. Letzte Übung, wir stellen die Füße auf. Du streckst jetzt dein rechtes Bein lang, holst dir das linke Knie ran, nimmst die rechte Hand an das linke Knie und streckst den linken Arm nach oben weg. Jetzt ziehst du dein linkes Knie nach rechts, soweit es geht. Du siehst, hier geht Po und Hüfte mit und du schaust nach links oben zur Hand. Tief atmen. Dein Schulterblatt, dein linkes Schulterblatt, bleibt liegen und du kriegst jetzt hier wirklich in den Po, in den unteren Rücken eine wunderbare Dehnung. Und dann kommst du langsam zurück zur Mitte. Dann machen wir das Ganze natürlich noch auf der anderen Seite. Rechts ran, linke Hand an das rechte Knie, den rechten Arm nach hinten und dann hier das Bein komplett zur Seite bringen. Hüfte geht mit, aber rechtes Schulterblatt bleibt liegen und du schaust nach oben zur rechten Hand. Schön weiter atmen, die Luft anhalten. Jawohl. Und dann kommst du langsam zurück zur Mitte, stellst den Fuß auf, streckst das Bein lang, bringst nochmal die Arme nach hinten und wie zu Beginn, rechen, strecken, rekeln. Ja, so wie früher. Aufwachen und erstmal den Tag begrüßen. Erstmal hier wirklich die Länge in den Körper bringen. Dann Fasziengewebe ist so dankbar. Und wenn dein Fasziengewebe dankbar ist und elastisch ist, bring die Arme über die Seite nach unten. Dann geht es auch dir gut. Füße aufstellen, kipp mit den Beinen auf eine Seite, bring den Oberkörper mit und komm hier über die Seite nach oben, setz dich in den Schneidersitz und richte dich auf. Schultern nach hinten, unten und dann schauen wir nach rechts. Zur Mitte und nach links. Zur Mitte und noch einmal zur Seite. Und zur anderen Seite. Na voll, komm zurück zur Mitte, atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben, verschränke die Hände, dreh die Handflächen nach oben und zieh dich hier lang. Und ausatmen, bring die Arme über die Seite nach unten, lockere dich auf. Hi Mago. Mago ist so ein Engel. So ein Engel. Ja, nun, jetzt kannst du ganz entspannt und gedehnt, gestreckt, gereckelt in dein Wochenende gehen. Am Montag startet übrigens die 14 Tage Body Flow Challenge auf meinem YouTube Kanal. Falls du den noch nicht abonniert hast, solltest du das definitiv tun. Es gibt jeden Tag ein grenzgeniales sieben bis zehn Minuten Video, also was, was man echt gut in den Alltag einbauen kann. und komm in deine Kraft. Also wird nicht mega anstrengend, wird aber definitiv effektiv. Und Runde gibt es auch anzuschauen. Wir haben nämlich hier gedreht. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Samstag. Ich melde mich heute nochmal, denn ich habe etwas entdeckt, was definitiv anstrengender ist als jedes Hardcore Workout. Ich bin mittlerweile an Tag 6 und ich berichte, warum es so anstrengend ist, was es ist und ich gebe sogar ein kostenloses Live Training nächste Woche dazu. Ich sage dir, gigantisch. Also, was mich zur Verzweiflung bringt, ja, ich dachte, so etwas gibt es gar nicht, aber das gibt es tatsächlich. Sehr schön, genieß dein Wochenende, lass es dir gut gehen, sei ganz bewusst in jedem Moment und wir sehen uns im nächsten Live Workout oder Impulse. Ja, und ich kann jetzt halt leider nicht auf Beenden drücken, weil ich hier gerade kuschle. Oh, what's going on? What's going on? Go look. Go look. What are they barking about? Ja, jetzt kommt so Peter Lustig, Löwenzahn, ne? Ihr könnt dann schon mal abschalten. Wobei das wahrscheinlich jetzt viel spannender ist als das ganze Workout. Okay, give me a shot. Give me a shot. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.